Willkommen zurück bei GTA Online. Wall-Wide-Race mit Verpässer und Fresh Fries. Hallo. Yo. Abel ist Essen, also. Ihm ist Essen wichtiger als GTA. Tschö. Und fahr halt vor. Bremse, um dich vorzulassen, wird direkt von hinten gerammt. Tschö. Hat's jemand? Ja. Er scheetet wieder. Natürlich. Und? Ah nein, wo ich hoch bin. Hä, was war das denn? Er hat den Punkt, ne? Jo. Hast du den Punkt schon? Oh fuck. Ja. Quasi. Quasi. Okay. Oh, ich auch. Wahrscheinlich, dass man vorher noch auf so einen normalen War-Ride kommt. Ah. Alter, wie soll man da auch rausspringen, dass man den bekommt? Ah, ich hab ne Idee. Leute, wir können ja mega tüten. Wie? Echt? Kann man das? Oh, hab ich doch gerade gesehen. Ey, die scheiß Passanten. Ja, hat's. Nein, ich hab's nicht. Wie hast du das gemacht? Hm, ich bin einfach so ein bisschen nach oben rausgesprungen. So ein bisschen nach oben. Ich hab's nicht nach oben rausgesprungen. Hm, okay. Die Junge hat den Walworth nicht mitgenommen. Hahaha. Oh, jetzt läuft's auch besser. Aber noch ein Stück höher muss ich. Hm, okay. Ich wollte eigentlich mit dem Fallschirm da hin. Hm, hm. Hm, okay. Oh, geht doch. Hast du's? Yes. Hiroshi-Tittin. Ja. Ja, jetzt. LOL. Nein. Richtig verdientes Koch ist nicht mehr. Alter, bleib doch oben, du Drecks. Ich da runter. Ich hab's. Easy. Ja. Ja, was? Hi, Flash. In deinem Ernst? Hey, ich hab nichts gemacht. Du bist rückwärtsgeschagt. Ja, ich wollte wegfahren. Dann hast du dich irgendwo drüber gepackt. Als ob ich das jetzt schuld bin. Ja, wer sonst? Denkst du, ich bin selber schuld an sowas? Ja. Was für selber schuld? Hm, ach so. Nein, ey. Was hast du gemacht? Dann ist schon wieder übelst du hochziehen. Als ob, muss man hochziehen verbessern? Ja. Okay. Was ist der Trick? Easy hat er's. Hm, keine Ahnung. Jetzt fall' ich wieder. Jiro muss mal lernen, netter zu sein. Was für netter? Nee, ich bringe das jetzt bei. Das ist wie bei kleinen Kindern, neißt du? Ja. Durch Schmerz lernt man. Ey, ich fall' hier immer runter, ne? Warum? Ja, weiß ich auch nicht. Das Auto ist schlittert auf dem Dach. Oder explodiert. Wo bist du jetzt explodiert? Ja, wieder da an dem weissen Scheiß, du. Na, nein. Was ist da doch wirklich? Ey, wer lenkt sie da nicht? Wer lenkt nicht? Du solltest mal dein Auto neunieren, wenn das ständig nicht lenkt. Das hört sich irgendwie nicht gut an. Na? Koch, Arz. Aber doch. Richtig, schön. Okay. Ja. 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 So, an dem Punkt haben wir... Da liegen Minen, euer Ernst? Hm. Wo? 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 Er entfernt. Er entfernt die Mine. Ja, also nie coole Map, also. Ja, das ist ja ganz in Ordnung. Hm. Ja. Oh, wie assi das hier ist. Rückwärts oder was? Hm. Ja. Nein, jetzt muss ich den Sprung noch mal drauf. Ich bin mal gespannt, ob vielleicht die eine Mine auslässt. Du kannst dich nicht entfernen hier, aber es ist unmöglich. Ah, ich dachte, hier muss man auch vorwärts, aber man muss rückwärts. Hm. Na, okay. Also, man hätt's auch vorwärts geschafft, aber. Ja. Wie liegt hier? Oh, bist du denn noch keine? War dieses blaue Ding hoch? Nein, da liegt keiner. Das wär assi. Das wär assi, jeder. Wow. Jeder Minen ist fast. Nicht jede, manche sind doch nett. Da denkt man sich, oh, was für ne schöne Minen. Ich jetzt hier im Schneckentempo fahre, nur mit dem scheiß Minen, ne? Haha. Fahr halt einfach mit Speed. Du musst es eh zweimal machen können. Oder nicht? Lol, ich hör sie schon, du Lappen, Alter. Ich weiß nicht, ob die hochgeht. Das wollte ich mal ausprobieren. Ja, entfernt. Hast du die echt entfernt? So kann ich die nicht entfernen. Dein Ernst, er entfernt die Minen. Ich hab keinen Punkt vergessen oder sowas. Irgendwie hast du das dann gemacht mit der Entfernen-Taste? Ja. Okay. Wo muss man hier beim Boyward überhaupt hin springen? Einfach auf den Boden? Hm, ja. Oh, ernsthaft? Ich hätt schon fünfmal da sein können, ne? Hm. Ich glaub, ich hab nen Punkt vergessen, kann das sein? Warum? War da oben keiner? Nee, hier oben ist die ganze Zeit keiner. Dann hast du einfach vergessen. Nein. Ich weiß nicht, wo du bist. Auf dieser gelben Scheiß-Plattform in der Ecke ist ein Punkt. Warum? Ach so, da, wo so mehrere waren. Ach da, du hast die ganze Zeit schon Punkte vergessen. Wieso macht man sowas? Richtig dumme Beschäftigungs-Telebiere. Hier holt er Punkte vor, gestern. Scheiß'n nochmal vorhin. Alles von neu hin. Ich fahr' vor, mach' die Minen weg und das ist alles neu. Oh, wo ist das da denn? Was ist das Ziel? Scheiß'n? Wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich, äh, Mon-Gol-Murin. Hm, okay. Ich fahr'n der Schnüffel. Okay, okay. L'Oi-Ko. Ach, scheiß' ich auch. L'Oi-Ko. 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 Oh, sorry. L'Oi-Ko. L'Oi-Ko. Er will das zu Fuß machen. Was? Cheat'n Kocher wieder? Die blaue Scheiße hoch. Ernsthaft? Warum? Ahnung. Das war doch mega easy. Schon. Ich hab' eine gute und eine schlechte Nachricht. Was denn? Die gute ist, wenn ich im Ziel bin, ist vorbei. Die schlechte, du bist jetzt im Ziel. Die schlechte ist, ich bin noch nicht im Ziel. Aber ich hab's glaub' ich nicht mehr weit. Fünf Punkte, ne? Jetzt hat er respawn gemacht. Mach noch alles neu. Ja, ich hab's noch nicht mehr. Er fährt vorwärts. Und schafft das trotzdem fast. Hier, mal noch was? Hm, ja. Rechtiger Schieter. Ja, da war ich ja eben schon. Da war ein Punkt. Na, ist doch okay. Rückwärts! Neu! Die Frage ist, wird Higo diese Map beenden? Nein. Ich kann nicht die Frage beantworten, Freunde. Nein! Ja, schwenkt rüber. Er macht richtig die Lusos nach. Was ist denn für ein Weg? Ziegen-Ritual und so. Okay. Habe ich wieder einen Punkt vergessen? Ja, hast du. Ach, Kocher, ist das der die Lusos nach? Treff ich Kocher? Oh, scheiße. Freunde, wir sehen uns gleich bei der nächsten Map. Bis gleich. Und dann sind wir bei der nächsten Map. Worldwide Fun. Die Map ist angeblich mittelschwer. Hm, okay. Schauen wir mal. Den Leuten gehen auch immer die Namen aus. Meine Folge wird heißen Worldwide Fun. Ich habe letztens eine Folge Barty Parcours genannt. Und ich hatte das echt noch nie vor. Hätte ich nicht gedacht. Echt? Okay. Oh, koch. Was? Hätte ich nicht. Ich hoffe, wenn ich ganz... Ah, ja, auch. Papester blockt. Bin im Windshot die ganze Zeit. Wungsmunks hört zu bei der wahrscheinlich letzten Map für heute. Nice. Sorry. Sorry, Wungsmunks. Ciao. Muss man oben lang, Hevo? Ja. Bist du sicher? Ja, guck doch, wo der Punkt ist. Unten ist der Punkt. Hehehe. Noll. Er hat den Punkt gecheatet. Ich glaube, jetzt bin ich nicht falsch. Warum ist die wo er ist da? Ja, ich habe den Punkt doch gekriegt. Weil er den Punkt bekriegt hat durch die Röhre. Richtig, das ist richtig. Weil das war die Röhre. Achso, das war nur falsch rum, oder was? Ja, eigentlich sollte man so fahren wie wir, aber man hat den Punkt auch so bekommen. Er verkackt's. Wer wollte da direkt hochjumpen? Ich weiß, ich dachte, du wärst das nicht. Nee. Dann war's Korra. Hm, okay. Ich bin auf jeden Fall normal gefahren. Ich fahr auch normal. Ich hab den Punkt jetzt nicht. Dauert zwar ewig, aber... Hab den Punkt. Ich bin Zweiter. Korraht. Hä? Hiro ist immer noch Erster. Nee. Ja, warum denn nicht? Wie viele Punkte hast du denn schon? Ja, keine Ahnung. Wie sheetest du dich immer nach vorne? Ich hab acht Punkte jetzt. Ey, was für's Cheaten. Ich bin die ganze Zeit ganz normal in Schlecken gefahren. Auf keinen Fall. Nein, zu weit. Nie wurde ein Cheater freund. Ja, er cheatet. Aha. Da piept's schon. Ich dachte einfach, ey, die Chance musst du mal nutzen. Warte schon mal, ging er nicht fertig. Er fährt nochmal runter. Miro legt wieder alles voll von... Gar nix lege ich. Alles liegt hier voll. Echt? Ey, ich schaff's nicht. Ernsthaft? Er schafft's nicht. Wie assi? Wie assi ist das denn? Erster Speed? Irgendwer ist vor mir. Er cheatet sich noch vor mir. Alter, ich schaff's auch nicht. Aber ich schaff's jetzt? Keine Chance. Ich respawne schnell, damit du's nicht schaffst. Achso, da haben wir's noch nicht. Ich schaff's echt nicht. Oder schnell respawne. Also na, ich schaff's auch nicht. Schnell respawnen. Ich schaff's auch nicht. Schnell respawne. Alter, kann man das überhaupt schaffen? Ja, stimmt. Na, jetzt komm ich weit mit dem Spreng aber recht zu leben. Nice! Oder? Ne, doch nicht mehr. Bisschen Curb-Boost. Ja, ich auch nicht. Und ein bisschen Speed geholt. Ja, ich hole auch mal Speed. Da kann man halt nicht viel holen, ne? Ja, doch, der Dunkel. Na? Ich spring wieder daneben? Oder scheiß? Zu kurz, zu kurz. Alter, das ist Haring. Er blinkt noch. Also ich. Okay. Also ich. Ey, ich spring schon wieder daneben. Was ist los? Klar, nein. Alter, man kann das nicht schaffen. Ich war Tritzer und hab's nicht. Ja, man kann das schaffen. Die weit zurück muss man dann. Verpässer nimmt richtig, weil dann... Ja, schau dir. Ah! Da fährt er genau in mich rein. Nein, da bin ich runtergeflogen. Du bist in mich rein. Bei mir hast du noch geblinkt. Bei mir bist du mega gegen mich gefangen. Nee, aber okay. Kann mir noch nicht mal Windschatten sneaken? Ja, kann sich kein Windschatten sneaken. E-Wats. Ja, verpasst du auch, ne? Ich hatte aber schon einen Versuch, der Knappe. Alter! Nee, was? Man schafft das ja auch nicht. Okay. Merci, Verkaster. Würde ich jetzt nicht daneben sprechen, hätte ich's wahrscheinlich. Okay. Nee, doch nicht. Loll! Verschwartet auch schon. Ja, komm, sneaks, ich hab Windschatten. Scheiße. Oh, in der Luft! Oh nein! Ja, er hat mich angeschoben! Nice! Ich hab's. Echt? Ja. Nöch, nöch. Oder? Ja, doch, ich hab's. Ja, schläft jetzt nicht. Jetzt bin ich in Ruhe. Ich leg auch extra... Leerfahrt mich echt noch getränken. In deinem fucking Ernst. Alter, bist du ein Lappen. Hm, was denn? Ich war's. Kurz. Kurz, ne Sekunde nach dem, noch nicht mal, nachdem ich den Punkt hatte, geht hinter mir ne Mino aus, ey. Nöch. Okay. Was? Gerüchte, 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 ich. Hm, Gerüchte, Küche. Was? Er überlebt? Er bremst. Er hat mich nicht recht. Er hat mich nicht recht. Richtig knapp. Halt's ab, Junge. Oha! Bist du rausgefahren? Nein. Oh, du hast ihn! Ich hab's auch nicht. Lapper da rein. Hahaha. Ich war viel zu schnell, Alter. Halt's ab, Junge. Hahaha. Wegen dir. Wegen mir! Ja klar, wegen dir! Was willst du mich denn wegrauen? Er ist vor mir und kriegt noch zweiten Speed. Hahaha. Nice, ganze Zeit. Hahaha. Hauptsache, er kriegt zweiten Speed. Aber er kriegt keinen Windschatten. Aber er kriegt keinen Windschatten. Ja, ich hung trotzdem ein bisschen dran. Ah, nein. Hat den Punkt, nice. Ja, come on. Ja, cheater zu flach. Heißt, Evo, dass du den Punkt hast? Ja. Ja. Zum Glück, würde ich sagen. Boah, muss der mal so ein verfickter Lappen sein. Hahaha. War die einzige. Oh, ne, ich hab's auch so. Ja, hat's auch feine Linie. Richtig Pro-like genommen geworden. Easy. Hä? Wofür lang fährt Kocher? Der fährt irgendeinen anderen Weg. Genau. Ja, fährt einfach. Ja, so Schokolade. Hahaha. Kocher fährt den Ballpark nochmal rückwärts? Keine Ahnung, was der davor hat, eben. Ja, der will cheaten. Kocher wieder beim Cheaten erwischt rein, ne? Was waren wir eigentlich hier? Hahaha. Kocher schafft's nicht zu schieten. Nö, ich komm noch ins Ziel. Schade. Schade, schade. Leute, guckt bei den anderen vorbei. Wir sind beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao. Tachi Cheat. Tachin. Chancellor. Vielen Dank.